Hallo Leute, heute drehe ich ein neues Video mit Kinderüberraschung, also Ei. Ja, und ich würde mal sagen, ich tue sie jetzt mal auspacken. Alle vier. Fangen wir mal beim ersten Ei an. Ich hasse das Öffnen. So. Hier sind solche Aufkleber. So, warte mal. So, dann haben wir hier, oh, dann haben wir noch so einen Ring und noch sowas. Und natürlich, wie ihr wisst, das hier in die Anleitung. So, ich werde jetzt kurz mal das zusammenbauen. So, hier sollte es anscheinend so Anhänger sein, ja. Hier ist ein Pinsel. Hier ist was zum Malen. So. Und diese zwei Farben kann man dann benutzen. Da tut man ein bisschen Wasser und dann tut man so. Und dann kommt da so Farbe am Pinsel. Das kann man auch, wo ist das? Hier erkennen. So. Das tun wir mal zur Seite. Jetzt kommt das nächste. Nächste. So. Ihr kennt ja eh die Schokolade. Oh. Wieder ein Pinsel. Und das ist so ein, ja, sozusagen ein Pinsel, den man immer verwenden kann mit Wasser. Kann man dann da so grün benutzen und rot. Dann kann man den hier hin stecken und irgendwo aufstellen. So. So. Nächstes Ei. Schon wieder so ein gelbes Ding. So. Oh. 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 Das hier kann man quasi hier anhängen. Oh. 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 Egal. Anhängen. An der Tasche, am T-Shirt. So. Und jetzt kommt das allerletzte Ei. Hoffentlich haben wir nichts doppelt. Oh. Oh. Ah, das geht nicht auf. Oh. Ja. Ah. Ah. Ein Minion. Oh. Oh. Das ist aber cool. So. Ähm. Da. Schaut mir das an. Das ist doch voll geil. Das kann man aufstellen. Und natürlich könnt ihr dann zwischendurch Schokolade essen. Und ja, das war jetzt mein neues Video. Wollt ihr vielleicht mehr so welche Videos? Ich kann mir so Kleinigkeiten auch kaufen und vorzeigen. Und dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und vergesst mich nicht zu abonnieren. Und schreibt mir die Kommentare. Tschüss.